Mit 6700 Beschäftigten und 770 Betten gehört das Universitätsspital Basel zu den führenden medizinischen Zentren der Schweiz und umfasst 50 Kliniken, Abteilungen und Institute. Es ist von größter Bedeutung, dass das Spital über die bestmögliche elektrische Infrastruktur verfügt. Von ihr hängt menschliches Leben ab. Von Röntgenaufnahmen und Krankenakten bis hin zur Verwaltung, sämtliche Patienteninformationen werden digital im spitaleigenen Rechenzentrum gespeichert und Ärzten und Pflegekräften bei Bedarf von zahlreichen Zugriffspunkten aus im gesamten Spital zur Verfügung gestellt. Ein erfolgreiches Datensystem muss 100%ig verfügbar sein für uns und es verdreht keinerlei Unterbrüche. MNS ab, Energieverteilung und unterbrechungsfreie Stromversorgung in einem kompakten System, versorgt das Rechenzentrum mit der notwendigen Energie. Dies bedeutet, dass die Energieversorgung auch im Notfall aufrechterhalten wird, sodass jederzeit auf wichtige Patientendaten zugegriffen werden kann. Mit der jährlich steigenden Anzahl an Patienten und bei gleichzeitig begrenzten Expansionsmöglichkeiten ermöglicht die modulare und skalierbare Bauweise von MNS ab, dass die Leistung des Rechenzentrums nicht aber dessen Grösse zunimmt. Die modulare Bauweise ist natürlich sehr wichtig, weil man hat nien genug Platz. Eine skalierbare Lösung hat natürlich auch den Vorteil, dass ich nicht die ganze Anlage schon im grossen Rahmen bestellen und kaufen und installieren muss. Das ist natürlich auch ein Vorteil, dass es durch die kleine, kompakte Grösse an verschiedensten Orten Platz findet. Wir werden in Zukunft ganz sicher noch mal mit modularen Systemen arbeiten. Wir haben bereits schon neue Systeme oder weitere Systeme beschafft und das wird auch so weitergehen. Mit MNS ab hat das Personal die Gewissheit, dass sie jederzeit auf die relevanten Informationen für Patienten und ihre Angehörigen zugreifen können. Eine zuverlässige Stromversorgung bedeutet, dass alle sich voll und ganz auf die beste medizinische Behandlung und Betreuung ihrer Patienten konzentrieren können. Eine zuverlässige Stromversorgung